Okay, gibt es noch jemand, der etwas sagen möchte? Ansonsten hat Angela gesagt, hat eine Bitte, dass wir uns mal alle, die so ein Bändchen haben, so ein weißes Bändchen haben, vielleicht sich so mal hier irgendwie in der Mitte versammeln, dass wir die Bändchen mal übereinander legen, die Hände zusammenlegen und da mal ein Foto machen, was wir dann auch so in die Welt hinausschicken können, um einfach unsere Solidarität zu zeigen. Das weiße Bändchen ist ursprünglich von Rom und zwar sagte ein Senator, gebt den Sklaven weiße Bändchen, damit wir sie erkennen können. Das sagte ein anderer Senator, um Gottes Willen, ja nicht, dann erkennen sie nämlich, wie viele sie sind. Und deswegen unterstützen wir diese Aktion, die in allen Mahnwachen mittlerweile läuft, die weißen Armbändchen als Zeichen des Erkennens für den Frieden. Danke. So, wer hat fotografiert? Äh, hat eben einen Zug. Warte, ich mal weiter. Kommt hier. Jetzt wird's kuschelig. Jetzt wird's kuschelig. Melle, deine Hand fehlt. Was Webcam. Frieden! Ich bin fast nach. çasr Hier sind Wakang. Vielen Dank.